Oh, guck mal. Aua! Ne, ist sogar richtig. Dich würde ich haben. Und zwar würde ich... Unser kleinen Marty haben. Oh, guck mal. Oh, getroffen. Entschuldigung. Bingo. Unter Wasser atmen. 150.000. Oh ja, das würde ich haben. Um uns ehrlich zu sein, würde ich das wirklich haben, ja. Dann werden wir mit dem nächsten Geld, und wir jetzt hier aus dem ersten Level von Food Group 2 bekommen. Und dieses schöne unter Wasser atmen holen. Ja gut. Also wir machen mal eben das zweite, das nächste Level hier. Weil, äh, dann möchte ich hier nochmal eben weitermachen. Ja, gerne. Wir machen mal eben Kapitel 1. Pelegis... Pe... Pelegosto. So, Geschichte. Oh, ein neues Schiff. Ach, ja, richtig. David Jones ist ja jetzt unser Feind. Der zweite Filmfeind. Der Feinde... Zweite Film... 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 Filmfeinde. Hm, ja, Entschuldigung. Ich bin etwas... Ähm... Etwas sind... Kurz gesagt, ich bin Sprachkrüppel. So, die Ladezeit könnte jetzt auch mal irgendwie mindestens um... Oh mein, äh... Ne, die Hälfte reduziert werden. Das ist ja hier irgendwann nicht mehr lustig. So, ja, mach hinne. Für nunü. Für nunü, nunü. So. Mir fällt gerade auf, ich hab gar nicht geguckt, ob der Sound überhaupt an ist. Also, ob mein Mikro an ist. Wenn nicht, wäre jetzt doof, ne? Ja, das wäre schon ziemlich scheiße, glaube ich. Ach, der kleine Sack, Alter. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Hmm. Hmm. Ah! Ah! Oh! Ah! bietet ihm ein deal an das ist es gehen lässt wenn er etwas besorgt was er haben will und sein wenn er ihm jacks liefern er decken Er sucht nach Jax und findet sein Schiff. Da werden wir jetzt wahrscheinlich starten. Die beiden plus Hunde, ne? Da findet ein Stamm und der lieben Jack. Haha! 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 Hä? Okay, das wird mir einerseits Spaß machen und andererseits werde ich es verfluchen. Oh Gott! Ich weiß nicht, ob ich hier die wahren Piraten hin kriege. Könnte sein, dass ich es nicht mehr bekomme. Okay. Okay. Warum? Gib mir mehr München! I want more! Aua! Aua! Nein, da noch nicht. Ich hab grad endlich Spaß damit einfach im Wald drüber zu fahren. Muss ich halt dann doch mal ganz ehrlich zugeben. Ich geh weg. Ich geh weg. Das ist hier. Okay. Ich geh weg. Ich geh weg. Ich geh weg. Ich geh weg. Ich geh aus dem Weg. Super! Ich geh nochmal zurück. Der Grund ist ganz simpel. Der Grund ist nämlich, ja, verdammt, dass ich dann, äh, dann doch, wie das hier der falsche Weg ist und den falschen Weg gerne zuerst mache. Ja! 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 Geiler falscher Weg! Geiler falscher Weg! Der ist cool. Den mag ich den falschen Weg. So. Ja, hier komm ich nicht weiter. Aber gut. Äh, stopp! Was ist das? Ah, ich kann halt nur mit Jack was machen. Komm, weg hier. So. Jetzt können wir den Weg wieder gehen. Das ist wieder alles in bester Ordnung. Gehe durch. Hoppa. Gut. 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 weiter geht es also ich bin mir echt nicht sicher ob ich hier diese wahren Piraten den krieg gut ähm frage ich mich echt weg dreh mal schneller ähm gut geschafft alles hier kaputt machen ich wünsche ihn jetzt oder nicht